Musik Hallo und herzlich willkommen zu Poolparty Simulator 2016 Mit mir im Pool ist einmal der Konrad Hey Und dann sitzt da hinten der etwas muskulöser Mann äh muskuli Äh Der Mann mit dem Sixpack Das ist der Felix, der gerade flüchtet Moin moin Mit ner violett-pinken Badehose Wir chillen hier unser Leben auf meiner Yacht Und die beiden haben Geldmangel, hab ich gehört Stimmt das? Ja, immer Ja Dann kommt mal mit, da hab ich eine Lösung Und zwar machen wir jetzt Geld Schatzi, willst du auf die Fresse? Hä, was? Willst du auf die Fresse? Was? Ähm Ich wollte dich überhaupt nicht schlagen, aber lasst mal es Ich wollte euch nicht schlagen Ey, come on! Ich blödschen, das ist eine supergeile Aufnahme Scheiß Cheaterschrotflinte, Alter Ich blödschen, ich blödschen, ich blödschen, ich blödschen Jetzt können wir starten Äh, wieso? Wieso? Du warst mit ner... Mann über Bord So Hopala Ich komm nicht wieder hoch Du musst hier hinten zum Heck schwimmen Ja, wie schwimmt man hoch, weiß Ach, ach Irgendwann die Steuerung, der hat sich so nen Scheiß ausgeklappt Oh, mal sehen, ob ich's überlebe So Nope Wie, jetzt bist du im Wasser verreckt? Ja Oh, wir haben ein Genie an Bord Toll, jetzt borde ich dich an Bord Ja, egal, wir starten jetzt ein bisschen deine Sponsors oder so bei uns So, und zwar Erstmal gucken, wie spät es ist Spielen wir Äh, einer von euch muss gleich mal Stopp sagen Stopp Nein Äh, wir spielen Trockendocken Wobei, ihr habt keine, ihr habt keine Waffen Doch Äh, doch Naja, nicht so wirklich Waffen Egal, trotzdem, na auch was mit Ballern rein, Alter Ich hab keinen Bock, jetzt stundenlang Auto zu fahren Nee, keine Angst, Autofahrenmission mag ich nicht Und, und Boot fahren will ich auch nicht Nee Die erste Mission wird recht chillig Autofahren mag ich auch nicht Ich will was abkennen So, und zwar, alle meine Freunde Ihr müsstet jetzt eine Einladung erhalten haben Felix, die kannst du in deinem Handymenü öffnen Weißt du, wie das geht? Glaubt schon, hab ich gerade getan, oder? Ja, ihr seid beide bei getreten Kann ich starten? Ja Warte Oh, zu spät So Toll, unbewaffnet Nee, bist du nicht Achso, Anfallsbruch, okay Aber Wir haben zwei Wege Die teure Variante Oder die billige Welche würdet ihr gerne wählen? Also ich hab kein Geld Ich kann nur die billige Gut Ja, für mich wäre auch die billige Dann, dann haltet euch jetzt gleich an mich Und ich zeige euch, wie man sich durch diese Mission hackt Indirekt hackt Wo bist du denn? Ich stehe am Strand Und ihr? Wir stehen nebeneinander Wo steht ihr denn? An der Straße Bleibt da oben mal stehen Ich komme im Hubschrapp, schrapp, schrapp, schrapp vorbei Natürlich spawne ich am Anus der Welt Wo müssen wir denn aufreien? Nee, ich würde da nicht reinrennen, Felix Hallo, Pegasus Lifestyle Management Wie kann ich dir helfen? Danke, hallo, Akbar Äh, und zwar nehmen wir den... Savas? Savas So, ich habe voll die Steuerung von GTA verlernt Oh, seit wann kann man Benke nicht mehr kaputt fahren Na, du bist du denn? Ich stehe am Strand, da wo die Yacht war Meine Familie kurz los ist da Oh, was? So weit willst du jetzt fahren, oder was? Ich fliege Habe ich das schon gesagt? Na Ich hole euch mit dem Hubschrauber ab Wir landen gleich auf dem Dach Anna steigt zu uns in den Hubschrauber Wir brauchen uns so gesehen niemanden erschießen Das ist doch langweilig Ich brauche doch auch EP, um die Doppel freizuschalten, Alter Ja, dann fang du an, dich da durchzuballern Und lauf da mit Anna aufs Dach Ich werde da mit dem Hubschrauber warten Okay Bleib da Weil wir müssen dann nach Los Santos zurück Also ihr könnt gerne versuchen euch da durchzuschießen Ich hab da gar nichts gegen Ja, ich bin Freund von da durchschießen Kleinsten Hubschrauber, die ich finden konnte Achso, wir müssen uns natürlich noch dementsprechend kleiden Accessoires Nee Das erste Mal auf keinen Fall First Person, weil das ist ja gausam Okay, dat funktioniert Ich bin im Himmel So, erstmal Licht ausschalten Damit ich auch was sehe Warte, warte, ich komme dir Zulpen Da ist da was los, oder ist da was los, Alter? Ja, da ist was los Krass Ach, ich sehe es schon Eddie, Eddie, warte Ich muss doch irgendwie halten Da ist nur einer Auf der anderen Seite Okay Jungs Zieht die Köpfe an und haltet euch fest Okay Ich hab Anna Ja, kommt aufs Dach Jo, Anna Ich hab den Glitzer, Alter Zeig dich Alter, irgendeine Auf Was ist das? Ich hab Höhe verloren Das war natürlich jetzt peinlich, dass ich zu glück bin zum Alter, wie kann ich mich hinhocken? Äh, ich hab keine Ahnung, wir spielen mit dem Controller Hallo, du bist mit Pegasus-Lifestyle-Management, wie kann ich mich helfen? Wahrscheinlich gleich tot Juppe Bist du? Ich bin auswesend, wo runtergefallen wurde, dann erschossen, als ich nie war Ich glaube, wir haben das Fahrzeug zu dir schon geholfen Great, das Flugzeug ist bei uns auf unserem nahesten Flugzeug Scheiße, ich hab irgendwas bestellt Felix? Ja? Kommst du mit Anna zum Flugplatz? Ich kann gerade nirgendwo hingehen mit Anna Weil ich dir mal Hilfe braucht Ich gucke, ob ich dich da runterkriege bin schlecht Ich Blaue Ich bin Ich glaube, erzure Hallo, das ist Pegasus Lifestyle Management. Wie kann ich mir helfen? Liebe Rockstar Leute, falls einer von euch zuguckt, bitte macht es mal, dass Pegasus mal vernünftig funktioniert. Hallo, Pegasus Lifestyle Management. Wie kann ich dir helfen? Ich habe mir Hubschrauber gekauft, die stehen nicht direkt in meiner Garage. Die werden von einer Fremdfirma verwaltet. Und diese Fremdfirma stellt ihr dann an speziellen Plätzen zur Verfügung für eine kleine Gegenleistung von 200 Dollar. Da fahr doch nur schnell die einfach alle über den Haufen. Felix, du bist nicht so geduldig, oder? Nie. Ich bin geduldig, aber mach hin! Genau so in etwa. Genau so in etwa. Eigentlich habe ich damit nicht gerechnet, aber scheinbar muss ich da jetzt rein. Ey Florian, wie hast du dich jetzt umgezogen? Ich habe Outfits im Schnellmenü liegen. Achso. Und dieser Helm ist kugelsicher, das haben ein Kumpel und ich getestet. Wo ist der Schreihals? Am anderen Ende. Oh oh. So rein kommen wir zu. Ja, ich weiß. Hey! 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 Wieso läuft Anna dir nicht hinterher, Mann? Anna läuft mir hinterher. Mir vorhin lief sie nicht hinterher. Oh, jetzt geht's. Wo ist Anna? Putt, putt! Hey, drück mal E. Warum? Mach mal diese Dinger da oben an. Welche Dinger an? Ja, da sind noch Balken drin. So? Nice. Sieht doch besser aus so. Sag doch einfach, mach das Licht an, ich spiel mit Gamepad. Mach das Licht an. Wie schön da. Warum fahr ich Straße? Ach egal. AP-Pistole. AP, AP. Schwere, klassisch, Revolver, AP. Jo, und sonst so? Dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich! Zu viel Masse. Mich wundert, dass mir noch kein Motorradgegner entgegengekommen ist. Würdest du mit dem Motorrad auf ein gepanzertes Fahrzeug drauf fahren wollen? Ja, tun die! Die schießen auch nen Hubschrauber hinterher. Nein! Nein! Sonst kann mal der Motorradgegner mit das Schuss aufbauen werden! Aber wo haben wir ihn mit dem Motorradgegner auch verbrauchen? Ja, ich habe die것 in den Motorradgegner übernommen. Das ist alles was. wie das passiert. Hier habe die Motorradgegner. Die ist getunt Ja, so ein bisschen Abwarten, bis ich den Karin Kuruma raushole Ja, ich weiß, der ist noch geiler Der ist halt noch schneller Aber ich finde den Search besser, muss ich sagen Weil du damit einfach Straight durchs Gelände fahren kannst Oh, ist das Felix hier? Was denn? Achso Weil ich eine Familienkutsche habe Soll man dem noch 1,3 Kilometer zugucken, wie du durch die Pampa fährst? Ich wollte ja einen Hubschrauber nehmen, aber ihr wolltet ja nicht Wir wollten nicht, wer hat sich denn umgebracht? Ja, ich wollte ja schon den nächsten holen Keine Ahnung, Movement Krippel oder so wie ich derzeit Was? 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 Ich ramme mit dieser Karte Mit dieser Karte LKWs von der Straße Aber so einen blöden Metallfoss kriege ich nicht umgefahren Ja und man konnte auch immer die eisernen Laternenmasten in GTA umranzen Als wären sie aus Butter Aber wer da war mit seiner Panzer Null auf 100 auf Null in einer Sekunde Oh, thanks Oh, thanks Ja, danke Tschüss Ja So Okay, geht, 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 geht Reicht euch das erstmal? I got money, I got money, I got money Level 157 5 Level 6 5, Florian Gönn uns nochmal sowas Ja, wir Oh, was ist denn das hier für ein Scheiß Klickt mal auf zufällig Weil das ist irgendwie Shit Hm? Coole Messer, oder? Ja, die ist lustig Die ist lustig Ich fahr auf den Wohnwagen mit Kann ich starten? Ja Also wer auch immer gleich diesen Wohnwagen fährt Der soll vorsichtig fahren Wieso? Weil ich auf dem Dach stehe Okay Und dann mit der Minigun runterballern Ja Man tut sich ja sonst nichts Aber vorher Ich muss nochmal kurz was präparieren fahren Ja, wenn hast du vor? Soll den Typ am Wohnmobil noch nicht viel hergannen, oder? Ne, warte noch eine Minute Okay Ich bin ein Junge, was hast du da vor? Bleib mal im Auto sitzen Ich fahr jetzt wieder weg Felix Das sind Haftbomben Die zünden, wenn ich einen Knopf drücke Ich weiß, deswegen hatte ich Angst Na so ein Selbstmörder bin ich jetzt auch nicht Oh, zuck, 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 zuck Das Alu Aquamobil Nicht ganz geschafft, wäre sicherlich ein geiler Stunt geworden Ich bin ein Junge Ich bin ein Junge Oh Gott Wir müssen halt Ja Okay sie schießen auf Belgriffe und die Schwere Schaafschützengewehr Was? Vielleicht soll ich mir den Nuss mal ne Beste zulegen, ne? Ich bin jetzt gewonnen hitter geworden mit ne Baseballschläger. Nett. Ei, ei, ei. Piss die Power. Felix, warte. Dahinten läuft noch einer. Ach ne, das ist einer von uns. Ja. Auf dem Dach hockt noch einer. Ja, ich geh hoch. Aua. Ich geh in Deckung, ich geh hoch. Nein, 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 nein. Lippe im Arsch. Hier können wir durch da drüben, ich versteck mich. Wie kommt denn hier meine Frette? Wie kommt denn hier hoch, Alter? Hinten rum. Ach, Alter, ich hätte die Scham abgeknallen. Nein. Oh. Schrotflinte? Da muss noch jemand. Da muss noch jemand. So, wer ist Fahrer? Ich. Ja, Sekunde, ich muss kurz Minigern finden. Ich seh nichts. Irgendwo ist noch einer. Die Motorraderei. Das ist doch verdammt. Okay. Oh, warte, warte, warte. Ja, ich muss auch noch einstellen. Willst du dich mit dem zweiten Auto folgen? Nö, lass ihn mitfahren. Okay. Ja? Fahren? Naja, die Karre ist super zu steuern. Fahren? Weiterfahren? Guck mal, Felix, deswegen habe ich da schon was hingelegt. Hm. Keiner Wecker hier. Eskalation! So krank. So krank, Alter. Steh auf der Beschuss. Bro, pass auf. Ja, fahrt weiter. Ihr müsst jetzt... Ihr müsst nur noch... Ihr müsst nur noch auf dem Walmart-Parkplatz fahren, dann habt ihr es geschafft. Ich hab die hinter mir nicht gesehen. Ich hab nur noch gesehen, wie sie sich halt ge-one-hitted haben von hinten. Ne, ge-one-hitted haben sie mich nicht. Ah, Walter White und Jesse warten schon auf uns. Und ich glaube, der Camper aus Breaking Bad ist größer. Ja. Guck mal wieder, 11.000. Oh, noch mal an. Ja. Das schmeckt doch gut. So, Munition kaufen, Panzerung kaufen. Auswählen gut und weiter. Ich will auch Panzerung kaufen. Ja, so, wir verabschieden uns hier jetzt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.